Hey Leute, willkommen zurück zu Battlefield. Eine kleine Runde Eroberung mal. Ähm. Komm, gehen wir direkt auf C einfach. Komm mal, bitte weiter, komm. Was steht da? Da kommt ein Panzer oder was? Ja, klar. Zack, zack. Erstmal rein, hier. Sind denn die Schwängelei? Da kommt einer, ha? Ich werf die Granate. Granate ist drauf, passen. Wir haben Einsatzstil, Werther, verloben. Warum der denn hier? Weiß Panzer, jetzt hab ich keine Granate mehr. Ja, na, doch. Komm, ey. Hat aber ja. Alle drei, der weggewichst, ey. Wir hier. Ehe wiederholen. Die hier nicht im Hinten uns in den Arsch knattern, die ganze Zeit, ey. Wollen wir mal ein bisschen länger zu gehen? Ich weiß ja nicht, wo die sind. Wir haben Einsatzstil Emil erobert. In unserer Hand. In unserer Hand. In unserer Hand. In unserer Hand. Aufpassen, den Speer. Den Speer muss ein anderer machen. Ach, so ist unser, Alter. Wir gehen mal rein hier. Oh. Was denn hier? Noch gar nichts hast hier. Nicht mal ein Flammenwerfer. Fahr mal. Fahr doch mal. Am besten jetzt wieder zurück, Alter. Fahr mal zur C hin, dann kann ich da aussteigen. Fahr, fahr. Fahr mal ein Stück vorher. Hör hoch. Oh. Wird ein Panzer, Alter. Übel. Da steht da und der Sniper ist einfach dann vorbeigehuscht, Alter. Und noch einer sogar. Noch einer von den Schwingelhubern, ey. Da braucht man schnell Heilung, ey. Geht mal Heilung hier, einer. Keiner hier. Wir haben Einsatzstil Emil erobert. Wir haben Einsatzstil Friedrich verloren. Vorsicht, Jungs. Ich habe eine Granate. Da ist einer, ey. Vorsicht, Jungs. Ich habe eine Granate. Ich brauche Heilung, Alter. Das Maul mit deiner scheiß Schrotze. Da hinten gammelt ein Sniper rum, ey. Okay. Okay, die haben das schon wieder eingenommen, Alter. Ich kriege da zu viel schon wieder. Wir haben Einsatzstil David erobert. Das Ziel ist unser. Sanitäter, da. Mitten in deine Kinnleiste. Oh, da ist ja noch einer von den Erschen, Alter. Welcher Camper, ey. Dein Schwanz habe ich ihn hier gesehen, ey. Wo bist denn du, ey? Ja, hin bist du. Oh, hier auf E. Da ist, da ist jetzt die Hütte voll hier, ne? In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Wachsoldaten-Kit. Schwachsoldat. Hat er schnell aufgehoben, ne? Na, hat er noch nicht aufgehoben. Oh, ich nehm das. Ich nehm das. Schwachsoldaten-Kit hier. Und rammel dir die Fresse weg. Maul da. Nein, nein, nein. Das wollte ich gar nicht. Blinde, da hat er keine Zweitwaffe, der Horst hier, ey. Jo, jo. Wir holen ja gleich wieder ab. Oh, erst ein bisschen Heilung, ey. Warte, warte, Kollege. Wir gehen gleich. Oh, 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 oh. Das ist dann auch einer von der Seite, ne? Ja, ja, ja. Da haben wir uns ein paar Lucha geholt von denen. Oh, die kommen hier nicht rüber, ey. Ist nur unser Squad da alleine, oder was? Du kannst es vergessen, Jungs. Wo bist du, Alter? Kann ich da spawnen, oder nicht? Wo ist der Tank? Geh ausgepanzert. Oh, leid für dich. Dich einfach ausgepanzert. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Okay. Gut. Gut, 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 warte. Wir gehen da jetzt hin. So Schwengel, Alter. War das einer von denen, oder was? Ist der gespawnt, meine ich? Wir leben ja hier auch gefährlich, ey. Wo? Und der Nächste. Aber ich hab nichts mehr, doch. Schade, schade. Zu viele einfach hier, ne? Was soll man machen? Schau mal, Alter. Wir haben ja nichts mehr. Komm. Steig ein da wieder. Wo seid ihr da, Alter? Wieso? Wieso? Wieso, Maske, Alter? Wozu? Der Sniper da wieder, Alter. Was lummert ihr denn hier rum, Alter? Können wir da nicht hin, oder was? Sicher können wir da rüber. Warte mal, ich geh von da. Befürchtung, dass hier welche auftauchen. Oh, da ist schon einer. Oh, der wurde schon ins Arschblöchchen geknallt, ey. Ist einer? Ja, ja, ja. Ist schon klar, Jungs. Alles gut, hier Munition ist gut. Mal versuchen's mal hier lang, ey. Oh, oh. Kommt wer? Ich werde abgehauen. Wer ist da, der Flammenwerfer-Heini? Ist das deren, oder was? Wer hat den? Okay. Okay. Kommt, kommt, kommt. Öh, öh. Wundert's, dass keiner kommt von den Kackstelzen. Aufpassen hier, Kollege. Das haben wir. Warte mal. Hier ist noch so ein Ding gewesen, Alter. Ich hab's mir schon gedacht, ey. Hier ist keiner von denen. Hier ist Dinger. Binden die? Kommt, 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 kommt. Kommt, kommt, kommt. Wir morden das lang. Wir werden nicht tief. Wir wurschen. Wieg mal, wo die sind. Wird die echt so weit zurückgedrängt, oder was? Wird ich jetzt nicht gedacht. Guck mal, da ist schon wieder ein Tank, ey. Wir verlieren Einsatzziel dadurch. Gana, teraus! Gana, teraus! Wird mal hier die Tanks aber hin. Also richtig. Keine Lust mehr auf Tanks, sag ich, Alter. Einfach keine Lust mehr auf die. Komm, Heilung, Heilung, Heilung. Herr, mein Mensch. Herr, mein Mensch, richtig. Okay. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gib mal hier, Alter, genau. Gib mal das alles, was ich hier brauche. Für den Scheiß. Panzerzug. Oh, oh. Der Drecksniper, ne? Ach, ich hab keine Granaten gekriegt, oder was? Obwohl ich da so lange stand, ey. Und nur ein Ding. Was hab ich denn bekommen da von dem Muni? Nichts. Das ist für den Arsch, Alter. Ich brauch unbedingt Muni. Obwohl der ECE da kommt. Oh, 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 oh. B. B, wie... Blöd, ey. Gehen wir auf blöd. Ja, wir haben in der Zucht da rumgemacht, ne? Ist hier kein Schweinchen mehr, oder was? Ganzer. Ja, da, gib mir Muni. Einer gibt mir Muni. Och, Munition, ey. Keine Munition, ey. Das war's. Man kann ja nie machen, ey. Ich hier keine Muni kriege, ey. Nur Sannis. Hier, hier, hier. Give me some Muni. Alter, rennt doch nicht alle weg. Guck mal hier. Ach, die ist schon weg, die Schwanzkiste. Gib mir doch mal einer Munition, ey. Ey. Jetzt ist die Munition schon wieder weg, ey. Yo. Ist klar, Alter. Ist klar. Der Sniper-Train, ey. Was kommt davon, wenn man keine Munition kriegt, hier, ey? Was ist denn? Ich dachte schon, Alter, du bist das... Ich dachte, der Typ wäre das gewesen, ey. Jetzt habe ich überhaupt nichts gecheckt. Und was tut der? Da kommt mal der andere da. Der schaut dazu. Hältet ihr den ab, oder? Was ist mit euch? Unglaublich. Unglaublich. Und ich denke, der Typ da von uns hat die Handgranaten geschmissen, ey. Ja, wir bleiben hier. Ja, wir bleiben hier. Auch, dass der da nicht gleich einen Einschlag macht. Ich denke, der Typ ist hier wieder weg. Ich denke, der Typ ist hier auf. Hier ist du Gammelsuch. Uh, Alter, ich habe noch zwei Leben. Die ganze Zeit laufen hier Sanis rum, ne? Wenn ich einen brauche, ist keiner da, ey. Sollen wir denn da schreißen? Scheiße, ich, ey. Jo. Erstmal D, dann gehen wir zu E. Kein Problem hier, Alter. Sowieso gleich zu Ende, die Runde. Oh, da hinten ist ein Tank. Wer knattert denn da so, ey? Ah, da ist ein Panzer drin, ey. Jetzt kapier es erst. Sunny, komm. Hat er mich auch noch erwischt, ey. Das ist die Rache, weil ich schon zwei niedergemacht habe. Warum ist denn jetzt kein Sunny hier, ey? Ach, jetzt ist er ja was. Naja, war ja eine entspannte Runde, ne? Und sah fair aus, ne? Sah fair aus. Na gut, ich sag mal danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ciao, ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020